Begrüßt euch zur nächsten Programmvorschau. Ist ein reiner Spiegel von der Predigt heute am 29.05.2022 vom lieben Jakob. Und ich will euch das nicht vorenthalten und setze es halt auch wieder rein bei VKB Jude Odyssey & Rumble. Die sich den Trailer bei WED News TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren, ab in die Browserzeile. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder oder hören uns gleich wieder. Und viel Spaß mit der Predigt, die ich jetzt auch noch nicht kenne. Mir aber ab 2 Uhr heute morgen dann, oder morgen, nicht heute morgen, morgen mir zu Gemüte führen werde. Tschüss. Tschüss.